ich bin schon hinter ihm seh ich schaue ihn schon von den Rücken um abzudrücken und der killt mich noch. Hey, wer war denn gerade so aus? Dark Puma, Dark Puma, lol. Zwillinge. Hey, wieso bist du jetzt rausgegangen? Das ist doch kein Austausch hier. Warte kurz. Okay. Ne, Austausch.